Hallo, Chrissi! Manipulation, Gedankenverdrehung aus der Filmindustrie. Es ist ganz bewusst darauf konzentriert, die politische Korrektheit und deine Gedanken zu formen, in der Hinsicht, in welche sie geformt werden sollen. Ich sag's ja immer wieder, meine Freunde, ich sag's jetzt nochmal, du bist, was du konsumierst, auf allen Ebenen. Bei den Piloten dieser Selbstmordkommandos handelt es sich meistens um Studenten, die direkt vom Campus angeheuert wurden. Crazy. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaktion hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Ich liebe euch alle. Und zwar gehen wir jetzt in das Video rein, was heißt Neue Gehirnwäsche. Zwölf der größten CEOs unterzeichnen es. Mal wieder von der Chrissi. Wir haben uns gestern das erste Video von der Chrissi reingezogen und ich hab jetzt gerade im Discord wieder ein Video von ihr gefunden und hab gesagt, ey, lassen wir uns nicht lumpen, ist heute erst hochgeladen worden und gehen wir direkt mal rein. Gucken wir mal, was die Chrissi heute zu erzählen hat. Ich küsse euer Herz, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Ich wäre euch dankbar und ab geht der Peter. Dieses Video musst du gesehen haben, damit es dich nicht mehr so betrifft. Hallo meine Lieben, ich bin Chrissi und heute geht es um das Thema Manipulation, Gedankenverdrehung aus der Filmindustrie und ich werde dir dabei ein... Oh shit, das kennen wir doch schon, meine lieben Freunde. Hollywood-Din, man. Gib mir die Disney-Vibes. Erschreckende, prekäre Details nennen, die dich definitiv... Sorry, dafür muss ich aber jetzt nochmal kurz Stopp machen, prekär-Din, man. Ich hab gesehen, auf Leon-Lovlog-Highlights hab ich auch ein paar Zuschauer, die ein bisschen aus einer älteren Generation sind und mit meiner Sprache nicht so wirklich klarkommen. Grüße gehen auf jeden Fall an euch raus. Ja, ich hoffe, ihr genießt trotzdem die Videos. Ich liebe euch trotzdem, auch wenn ihr nicht vielleicht da so offen weit mit unterwegs seid. Aber das muss natürlich sein, ja. Das gehört zu mir, das bin ich. Wirklich, ich sage mal, möglicherweise fassungslos machen, möglicherweise bist du auch so weit, dass du sagst, das wusste ich, diese Inhalte kannte ich und ich bin da besonders, besonders aufmerksam, was das Ganze angeht. Denn die Manipulation unserer Gedanken... Ja, wir sind da schon relativ weit, glaube ich, als Community, ne? ...unsere Meinung, unserer kompletten Glaubenssätze, die sich auch auf die Zukunft dann auswirken, findet tagtäglich statt. Und das nicht nur von unseren Eltern und unserem Umfeld, sondern das, was wir auch konsumieren. Das bedeutet... Du bist, ich sage es ja immer wieder, meine liebe Freunde, ich sage es jetzt nochmal, du bist, was du konsumierst, auf allen Ebenen, nicht nur Essen, sondern auch Medien, auch Unterhaltungen, die du führst mit Leuten, mit denen du dich umgibst und so. Du bist eine Summe aus diesem ganzen Ding. Deswegen musst du bewusst sein, im Umgang mit deinem Konsumverhalten und auch im Umgang mit was für Menschen und mit in welchen Situationen du am meisten Zeit verbringst. Weil du bist nun mal eine Summe dessen. Das sind Facts. Grundsätzlich würdest du jetzt sagen, naja, eigentlich die Filmindustrie, die dient doch nur der Unterhaltung. Das bedeutet, am Abend lege ich mich vielleicht schön an die Couch, auf die Couch und schaue mir noch irgendeine... Die dient eigentlich nur der Unterhaltung. Wer sich der Macht der Sprache bewusst ist, weiß, dass Unterhaltung auch das Wort untenhalten in sich hat und das Fernsehprogramm auch so ein bisschen das Programmieren mitschwingt, ne? ...was Spannendes im Fernsehen, irgendeine Serie, einen Film oder sonst was an. Das dient doch nur der Unterhaltung, um ein bisschen... ...nur in Anführungszeichen... ...zukommen, runterzufahren, einfach mal die Gedanken spielen zu lassen. Aber ist das so? Ich sage dir, nein, das ist nicht so. Es ist ganz bewusst darauf konzentriert, die politische Korrektheit und deine Gedanken zu formen, in der Hinsicht, in welche sie geformt werden sollen. Denn wir werden durch ganz, ganz viele verschiedene Dinge konditioniert, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und du weißt ja, ich habe mein Buch... Voll, weil es auch so unterbewusst stattfindet. Wir haben uns ja auch diesen einen Vortrag reingezogen. Ich weiß nicht, die Macht der Medien, glaube ich. Könnt ihr gerne abchecken, auch hier auf dem Leon Love Look Highlights Kanal. Und da wurde das ja auch gesagt, man wird ja durch diese Frequenzen in so einem meditativen Zustand, ist man ja, wenn man Fernsehen guckt, und dann wird man unterbewusst programmiert. Und da werden teilweise Sachen eingeblendet, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und vor allen Dingen auch, wenn irgendwelche politischen Dinge gerade anstehen, hat man ja auch in Amerika schon damals beim Vietnamkrieg und so. Da werden dann halt Filme gemacht, damit man die ganze Bevölkerung auf seine Seite bekommt. Das System geschrieben. Und aus diesem Buch möchte ich dir eine kleine Passage über die Systeme, die Systematik der Konditionierung vorlesen. Nicht zu viel, ja, nicht, dass wir hier Ärger bekommen. Aber ich finde es sehr interessant. Oh, oh, Ärgerin, man. Und zwar japanische Piloten. Zu was sie fähig sind, warum sind sie zu diesem Verhalten fähig? Ein anderer würde sagen, der ist ja verrückt, was der da macht. Aber er macht es. Und warum, ist die Frage. Warum ist es ein ganz normaler Mensch wie du und ich? Und dennoch ist er zu so etwas fähig und du nicht. Japanische Piloten wurden sogar so weit konditioniert, dass sie ihren eigenen Tod mit Vergnügen und einer Belohnung gleichsetzen. Selbstkontrolle, Ehre und Loyalität gegenüber Vorgesetzten spielten eine zentrale Rolle bei den Kamikaze-Staffeln. Bei den Piloten dieser Selbstmordkommandos handelt es sich meistens um Studenten, die direkt vom Campus angeheuert wurden. Wenn auch nur ein der Anwesenden sich freiwillig für die Tokutai, also eine 1944 gegründete japanische Spezialtruppe, meldeten, fühlten sich alle anderen Leben so dazu genötigt. Alles andere wäre eine Schande für die Familie gewesen. Vaterlandsliebe gehört nicht zu den natürlichen Verhaltensweisen des Menschen und wird durch den perfekten Einsatz von Konditionierung in seinen Kopf eingepflanzt, sodass er aus Furcht vor der Schande und für die Ehre Selbstmordangriffe durchführen würde. Jetzt musst du dir das vorstellen. Ich belasse es bei dem. Du kannst ja selbst... Ja, es ist hartes Brainwashing, was da abgeht. In den Staaten ja genauso, wie die Leute so stolz in den Krieg ziehen für ihr Land. Für Amerika, Dicker. Für Amerika. Was eigentlich mal früher den Indianern gehört hat. Rest in Peace an der Stelle, die dann schön ausgerottet wurden und dann gesagt wurde, das ist jetzt unser Land. Und dann ziehen Leute stolz für dieses Land, Land in Anführungszeichen in den Krieg und sterben dafür. Und dann... Das ist halt jahrelange Propaganda, jahrelange Filmindustrie, jahrelange Patriotismus aufbauen, dies, das, bla, bla, bla. Und dann sind die Leute bereit für... Vor allen Dingen für Dinge zu sterben, die, wenn man da mies recherchieren würde an der Stelle, sofort merken würde, dass hier gar nichts zu verteidigen ist. Weil die Leute ja in den Krieg ziehen, angeblich um ihr Land zu verteidigen. Aber oft geht es gar nicht um die Verteidigung, sondern um irgendwelche anderen Geschichten. Aber ja, die meisten Leute, die da in die Army gehen, die sind ja nicht informiert. Die haben nicht mies recherchiert. Und sterben dann halt für die machtgeilen Politiker, die einfach mehr Macht haben wollen, mehr Geld haben wollen und vor allen Dingen die Position nicht verlieren wollen, oben in der Pyramide. Jetzt musst du dir wirklich vorstellen, diese Vaterlandsliebe, wo viele sagen, oh, du Verräter oder sonst was. Das ist auch nur eine Konditionierung. Du musst dir vorstellen, der Mensch ursprünglich, einmal sesshaft, es gab gar keine Nationalitäten oder Gebiete. Du bist dorthin gegangen, wo du eben Essen gefunden hast. Und erst als man angefangen hat, dann Getreide anzupflanzen, was dann längerfristig, was dann immer wieder Erträge abgeworfen hat, wo man nicht nur zum Beispiel zu einer bestimmten Jahreszeit von einem Strauch leben konnte und dann nicht mehr, dann ist man wieder weitergegangen, sondern dann hat man angefangen, wirklich sesshaft zu werden. Und irgendwann später haben sich dann Grenzen gebildet und so weiter. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht unsere Natur. Du würdest auch einer Katze nicht sagen, also ich meine, klar, sie hat ein bestimmtes Revier oder sonst was, aber wenn es dort nichts mehr passt, sie findet nichts mehr zu essen und sonst was, dann wirst du sehen, wie sie ihr Vaterland verteidigt. Adios, Muchachos. Und dann heißt es hier, los. Adios, Muchachos, Digga. Christi, ich liebe dich. Zum nächsten Revier. Ja, und hier bei der Filmindustrie möchte ich dir auch ein paar Details dazu sagen, wo du jetzt mit ganz anderem Blickwinkel darauf schauen wirst. Denn es geht... Ich bin ja, ich bin genau ihrer Meinung auch, was diese ganzen Themen angeht. Ich hatte ja auch die Diskussion auch mit Nikolai Binner zum Beispiel in unserem Talk, wo er dann auch gesagt hat, hier mit Migration und Messerattacken und Gewalt, bla, bla, bla. Und dann bin ich auch der Meinung, dass man halt erstens, sollte man schauen, wenn man hier über Migranten und so, wenn man sagt so, ey, nee, wir dürfen nicht so viel aufnehmen, die müssen hier weg und so, wir müssen das besser kontrollieren und so, alles schön und gut. Jeder, der Scheiße baut, soll seine Strafe bekommen. Aber ich sag, die ganze Welt gehört uns allen und vor allen Dingen müssen wir auch gucken, was wir als Land und als NATO auch dazu beigetragen haben, dass Menschen überhaupt flüchten wollen. Weißt du? Das ist auch immer so eine Sache. Wo ist der Ursprung von der ganzen Geschichte? Wir sollten am Ursprung angreifen und da versuchen, was zu verbessern oder zu verändern oder zu unterstützen. Aber den Leuten geht es halt nicht darum, um Frieden zu schaffen auf der Welt, sondern die marschieren in Länder ein, weil die da das Öl wollen oder weil die irgendwelche anderen geopolitischen Interessen haben. Da geht es nicht darum, dem Land oder dem Kontinent zu helfen. Genauso wie bei Afrika so. Da sterben Menschen, weil die nichts zu essen haben. Wir könnten mit dem ganzen Geld, was wir im Westen angehäuft haben, mit diesen ganzen Leuten, wenn die das zusammentun würden, Klaus Schwab, Bill Gates, Elon Musk, auch Jeff Bezos und so. Weißt du, wie viel Geld die haben? Die könnten mit einem Fingerschnipsen, könnten die Afrika vom Hunger befreien. Aber das machen die nicht, weil die keinen Bock darauf haben, weil das nicht deren Interesse ist. Deren Interesse ist, ihre Machtposition weiter auszuarbeiten, zu behalten und die Welt zu regieren und zu kontrollieren. Da ist einfach der Punkt. Um das Thema Klimawandel. Und ich sage dir selbst, ich habe davon ja auch berichtet, selbst 2020 haben sich die Filme geändert. Es gab so viele Filme zu irgendwelchen Zombie-Apokalypsen, irgendwelchen dramatischen Filmen, wo du wirklich im Grunde das Ganze, dein Kopf kombiniert das mit der aktuellen Situation, denkst du so, wow, es ist wirklich schlimm. Ich habe das ja die ganze Zeit überall gesehen. Oder denk in die Nachrichten, die ganzen Chinesen, die immer wieder umgefallen sind. Und was? Diese ganzen Bilder sind dann auch wieder verschwunden? Okay. Über Film und Fernsehen wollen mittlerweile auch... Generell so, Nachrichten und Medien. Weißt du, wie ich meine so? Ich habe das letztens auch gemerkt, wenn du dich mit so vielen negativen Themen beschäftigst, die auch heutzutage in den Medien gezeigt werden, dann bist du einfach schlecht drauf. Deine Schwingungen sind niedrig automatisch, die nur von Scheiße auch berichten. Wie oft siehst du Berichte im ZDF oder im Fernsehen generell, wo es um positive Sachen geht, wo es um eine Lebensgeschichte von jemandem geht, keine Ahnung, der seinen Traum lebt oder der irgendwas Gutes erreicht hat oder irgendwie was Positives. Es geht ja immer nur um die Negativschlagzeilen, was in der Welt alles Krankes passiert ist, wer wen umgebracht hat, wo gerade Krieg ist, wo irgendwelche gesundheitlichen Krisen sind, wo irgendein Massenmörder am Start war oder so. Es geht ja immer nur um diese Themen. Und wenn du dich den ganzen Tag nur mit solchen Themen beschäftigst, das geht in dein Unterbewusstsein und du bist automatisch nicht mehr so glücklich und happy. Deswegen, ich hoffe doch und ich glaube auch, dass ein Großteil von meinem Chat auch gar kein Fernsehen mehr schaut, sondern lieber den Love-Stream einschaltet hier an der Stelle. ...Schützer, die Massen erreichen. Deshalb bringt das Climate Ambassadors Network, CAN, jährlich Tausende von Medienschaffenden von einer Konferenz mit Klimaaktivisten und politischen Entscheidungsträgern zusammen. Jetzt musst du dich fragen, warum bringen sie es zusammen, wenn es nur der Unterhaltung dient? Ja klar, weil es nicht nur der Unterhaltung dient. Die interaktiven Workshops sollen einen kulturellen Wandel in der Kreativbranche hin zu kollektivem Handeln vorantreiben. Genau, es soll nicht kollektives Handeln, das klingt ja so, als würden die Menschen jetzt alle gemeinsam, in Frieden miteinander irgendetwas bewerkstelligen. Nein, nein, du sollst nur das bewerkstelligen, was eigentlich die Politik dir sagt und in Frieden auch nicht, denn gespalten wirst du absolut und abgrundtief. Lass raus, Chrissy, fühle ich komplett, bin bei dir, ich bin da. Von CRN gehören die Fernsehautorin und Klimaaktivistin Ellie Weinstein. Ziel von CRN ist es, jeden Teil der Industrie mit Klimawissen zu infiltrieren, verrät Weinstein in einem Workshop. Hollywood hat einen enormen kulturellen Einfluss und wenn wir also in Hollywood einen Wandel einleiten, können wir auch viele andere Branchen verändern. Denk an... Das ist das, Digga, das ist so krass. Das ist so heftig, Mann. Was das für ein Macht-Tool ist. Allein in Hollywood, weißt du, wie ich meine? Wie viele Menschen auf der ganzen Welt sich Hollywood-Filme reinziehen. Und wenn du da eine gewisse Message unterschwellig den Leuten mitgibst, dann hast du wirklich ein weltweites, dann hast du einen weltweiten Effekt auch auf die Menschen und auf das, was gerade gedacht wird, was gerade so der, was gerade so, weißt du, State of Mind ist oder so, weißt du? Du hast da wirklich einen so heftigen Einfluss. Das alleine ist schon krass. Crazy, Mann, Alter. Und das geht nur weg, wenn nicht mehr so viele Leute da einschalten und sich das so reinziehen, so auf Krampf, weißt du? Denk an auch die Disney-Filme, wie es immer wieder benutzt wurde, zum Beispiel Donald Duck als, ja, zur NS-Zeit für irgendwelche Dinge, um die deutsche Kultur oder den deutschen Menschen irgendwie lachhaft darzustellen in Amerika, damit sie eben auch sehen, so, ach, was machen die denn da überhaupt und sonst was, um ihnen aber auch dieses Aufhalten in den Kopf zu setzen, so, die sind doch einfach nur verrückt. Wir müssen das doch aufhalten. Also einen Krieg auch wieder zu befürworten. So, das alles nur aufgrund von einem Zeichentrickfilm. Das muss man sich mal vorstellen. Nun sei es an der Zeit, mehr und vielfältigere Klimageschichten zu erzählen, argumentierte Weinstein und ihre Mitkämpfer. Hier gäbe es viel zu tun, denn allzu viel klimarelevanten Inhalt sieht man noch nicht in den Kinos. Eine Untersuchung der... Ja, das ist diese Klimageschichte ist sowieso, glaube ich, auch das nächste Ding, was kommt, auch Lockdown-technisch und so, ne? Ich meine, die machen ja jetzt schon. Die fangen ja, gestern haben wir von ihr dieses 15-Minuten-Stadt-Thema angeschaut, so, was grundsätzlich eigentlich keine verkehrte Idee ist, aber wenn das dann mit Grenzen einhergeht und mit QR-Code scannen und du darfst nicht in den anderen Bezirken und so einen Scheiß, dann ist das schon wieder eine harte Kontrolle und generell, Alter, wenn du auch die Strompreise beziehungsweise Energiepreise in Deutschland dir reinziehst, das ist eigentlich schon so gut wie Dings, dass jetzt bald bestimmt irgendwo dann die Leute sagen werden, ne, wir müssen jetzt mehr zu Hause bleiben, darfst kein Auto mehr fahren und so, ist jetzt so Klima-Lockdown-technisch, weißt du? Und jetzt nehmen die auch noch Hollywood, um das schön so unterschwellig uns allen einzutrichtern, damit wir dann auch alle mitgehen und ich bin gespannt, wie ich auch in der Reaction gesagt habe, die wir über das Karl Lauterbach-Thema gemacht haben, ich bin gespannt, beim nächsten Lockdown, egal mit was der einhergeht, ob der mit einem Virus einhergeht oder mit einem Klimawandel oder mit was auch immer, wie viele Menschen dann diesmal mitziehen werden oder ob es wirklich, ja, ob wirklich irgendwie diese ganzen Sachen, die wir hier machen oder die auch andere Leute machen, wie Ketzer der Neuzeit oder Kianisch oder whoever, so, oder auch Chrissy, ob das wirklich auch ein bisschen Früchte getragen hat, da bin ich echt gespannt. ...eussert die aus Southern California und der gemeinnützigen Beratungsunternehmens Good Energy Story Agency, ergab nur 2,8% der 37.453 Filme und Fernsehdrehbücher, die in den USA ausgestrahlt und zwischen 2016 und 2020 geschrieben wurden, enthielten Schlüsselwörter zum Klimawandel. Ich meine, was soll denn das? Ja, das ist das Thema. In einer Befragung bat Good Energy 2000 Menschen, Beispiele für Filme oder TV-Sendungen zum Thema Klima zu nennen. Die häufigsten Antworten waren der Streifen The Day After Tomorrow, der fast 20 Jahre alt ist, und 2012, in dem es eigentlich um das Ende der Welt geht. Ist nicht... Krasser Film, aber... ...tinkt der Klimawandel, aber, ja... Ich meine, das muss man hier auch sagen, ähm, es ist ja so, dass auch dieses ganze Gender-Thema und Transgender und ich identifiziere mich als das, was ich möchte, auch in Hollywood jetzt extrem am Start ist und auch auf Netflix und so. Dass da jetzt in jeder neuen Kinderserie und in jedem neuen Film mindestens ein irgendwie Transgender am Start ist, ein, einer, der sich irgendwie als, keine Ahnung was, identifiziert, non-binär oder was auch immer, was da alles mittlerweile gibt, so, äh, muss auf jeden Fall jetzt mittlerweile auch immer Bestandteil sein von neuen Serien. Da merkst du auch so, was da gemacht wird, weißt du, es sind halt immer diese Agendas, die da durchgezogen werden, wo die Leute halt hoffentlich langsam verstehen, dass es da, dass da, das geht nicht darum, ich bin nicht gegen Schwule, gegen Homosexuelle, gegen Leute, die sich als was auch immer identifizieren oder transsexuell sind oder sich in einem Körper, in einem falschen Körper fühlen und so, ich bin da nicht, jeder soll doch sein Ding machen, wie er das möchte, so. Aber warum müsst ihr unsere Kinder damit indoktrinieren? Warum müsst ihr unsere Kinder damit verwehren und denen sowas zeigen und die damit konfrontieren in Kindergärten, Kitas, Schulen, Grundschulen, etc. so. Das hat da nichts verloren, meiner Meinung nach. Und durch diese Entwicklung wird es immer mehr Leute geben und immer mehr jugendliche Kinder geben, die verwirrt sind und nicht mehr wissen, was sie eigentlich wirklich sind. Und wenn du verwirrt bist als Mensch und nicht mehr richtig weißt, was du bist und dann parallel dazu noch deine Familie eigentlich nicht am Start ist, weil beide Elternteile arbeiten gehen müssen beziehungsweise Kinder schon teilweise mit zehn Monaten, neun Monaten in die Kita abgeschoben werden, weil die Karriere im Vordergrund steht, dann hast du keinen Halt mehr, weißt du, dann bist du einfach programmierbar und dann wirst du das annehmen, was sie dir da erzählen und dann gibt es keine Leute mehr, die frei denken, sondern das sind dann Leute, die nur noch das denken und sagen, was die denken und sagen dürfen. Auch eine Möglichkeit, dass man sagt eben, dass alles zugrunde geht, weil der Mensch eben irgendetwas gemacht hat. Oder zum Beispiel Greenland fällt mir dabei noch ein. Die Good Energy Story Agency will Drehbuchautoren dabei helfen, noch mehr Klimastories zu entwickeln. Zu diesem Zweck hat die Agentur ein Good Energy Playbook erstellt, eine Art Leitfaden für Autoren, um diesen Wandel in ihre Drehbücher zu integrieren. Ein wichtiges Anliegen, es sollen nicht immer nur apokalyptische Geschichten sein. So können zum Beispiel eine Liebeskomödie in einem Skigebiet spielen, dessen Geschäftsmodell wegen fehlenden Schnees nicht mehr funktioniert. Ein heißerer Sommer wiederum könnte die Müllentsorgung der Mafia belasten. Ja, schon bald sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Auf der internationalen Klimakonferenz, die Ende 2021 in Glasgow stattfand, unterzeichneten zwölf der größten CEOs der britischen und ... Ja, Sticker. Jess hat gerade geschrieben, wir müssen in der Prüfungsarbeit und Ausbildung alles gendern. Ansonsten schlechtere Note. Hab mal wirklich nur Männer gemeint und nicht gegendert und bekam Punkt Abzug. Nein, Dicker. For real? Das ist so traurig, Digga. Ich schwöre es dir mit diesen Gendern und so. Das macht doch gar keinen Sinn, Mann. Das macht keinen Sinn. Das hört sich einfach nur weird an. Ich würde mich niemals mit jemandem unterhalten, der gendert. Sorry, ist aber so. Weil ich mir denke, was ist mit dir verkehrt gelaufen? Sprech doch einfach, wie die deutsche Sprache ist. Du musst da nicht jetzt einen Innen... Gerade bin ich drauf gekommen, Digga. Was ist der Jungs Innen, Bro? Hör drauf. Hör drauf. ...unterhaltungsindustrie eine Zusage für Klima-Inhalte. Das bedeutet, es werden wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Denn das ist jetzt das Nächste. Und ich finde, du solltest das mehr und mehr beobachten, wie das eingeführt wird. Denn, wie du gesehen hast, es soll nicht das Thema sein, es sollen nicht lauter Katastrophenfilme jetzt kommen. Denn die Menschen mögen Komödien zum Beispiel. Wenn in einer Komödie, aber im Hintergrund zum Beispiel irgendetwas passiert, ja, irgendeine Katastrophe, eine Kleinigkeit, die dich kurz zum Nachdenken anregt und dein Verhalten für die Zukunft prägt, dann das soll das sein. Also das ist wirklich Kleinigkeiten. Du musst dir vorstellen, wenn du einen Film anschaust, was prägt denn überhaupt deinen Modegeschmack, wie du deine Umgebung einrichtest und so weiter. Das alles machen auch Filme, Werbung, ja, weil wenn du dir denkst, eigentlich mochte ich immer das zum Beispiel gerne schwarze Möbel und jetzt auf einmal mag ich gerne weiße Möbel, hm, komisch, wie hat sich das verändert? Ja, du wurdest absolut manipuliert und dann gestaltest du dein ganzes Haus nochmal neu. Das ist auch nicht nur Fernsehen, du wirst ja auch extrem manipuliert zum Beispiel von Social Media und von irgendwelchen Influencern und Stars und gerade von den amerikanischen Musikindustrie-Stars und so, die sind ja auch sehr krass involviert in diesen ganzen Agendas und da wirst du ja auch heftig geprägt. Das ist ja immer, die setzen ja die neuen Trends, was gerade innen ist und so. Du siehst ja auch zum Beispiel eine Kim Kardashian und eine Kim Kardashian, du siehst jetzt mittlerweile draußen, gerade hier auch in Tulum, siehst du mindestens, wenn du rausgehst am Tag, 15 Kim Kardashians, die eins zu eins versuchen so auszusehen wie Kim Kardashian und das ist auch nur wegen Social Media so, ne? Weil das alte zwar noch komplett in Ordnung ist, aber du musst einfach was Neues haben, weil es dir so gezeigt wurde und das ist eine klitzekleine Form, die natürlich, ich sag mal weltweit eine sehr große Ausbildung hat. Wobei ich nicht sagen will, dass ich die nicht gut aussehend oder attraktiv finde, weißt du wie ich meine? Ist auch eigentlich leider halt auch, was heißt leider, aber ist auch mein Typ so. Aber das, was jetzt kommt, ist nochmal gigantischer. Jetzt musst du dir vorstellen, es werden Verträge unterzeichnet, es werden Dinge gemacht, um dich besser manipulieren zu können. So, jetzt kannst du sagen, ja, übertreib, das ist was Positives, denn es dient dazu, dass die Menschen jetzt aufwachen und nachhaltiger handeln. Wirklich? Wirklich? Ich denke nicht. Sie sind nur dafür sensibel, dass wenn dann bestimmte Maßnahmen, Sanktionen, Abgaben und so weiter kommen, dass sie dann absolut bereit sind, das zu tun, weil sie haben ja im Kopf, im Hinterkopf, wie schlimm das ist und sie wissen das ganz genau. Ich habe letztens mit einer Rumänin gesprochen und habe ihr gesagt, dass wir doch tatsächlich die Luft besteuern. Das war absolut fassungslos. Wie kann man denn sowas machen? Und natürlich, der Durchschnittsdeutsche sitzt da und sagt sich, ja, okay, habt ihr einen Film gesehen? Einer schreibt gerade militante Veganerin in Nett. Bisschen ähnliche Weibs am Start, gell? Wirklich schlimm und wenn ich da die Luft dafür was zahle, dann geht es mir vielleicht besser oder einen Ausgleich oder sonst was. Ja. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye. Tschüssi, Chrissi. Starkes Video mal wieder. Ich küsse dein Herzchen. Thank you very much. Danke für das geile Video. Sehr, sehr stark. Cooles Video, oder Freunde? Was sagt dir? Die Chrissi ist sympathisch auf jeden Fall. One Love geht raus. One Love geht raus.